So Leute, Bitcoin hatte einen anständigen Pump von 24.800 Dollar und jeder fragt sich momentan natürlich, ob der sich weiter fortsetzen wird. Werden wir durch die Linie brechen und uns weiter nach oben aufmachen? Heute werden wir uns genau darüber unterhalten. Dann noch über ein paar Anzeichen, die wir am Markt haben, die die Kryptopreise in der Zukunft auf jeden Fall beeinflussen werden. Ein paar Riesensachen, die wir heute haben. Deshalb nochmal vom Anfang bis zum Ende dran. Und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man die Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt mal loslegen. Wir hatten einen richtig anständigen Pump für Bitcoin. Tatsächlich, nachdem wir es hier geschafft haben, durch die rote Linie nach unten durchzubrechen, sind wir zu der orangenen Linie gekommen. Und von diesem Punkt an haben wir einfach einen massiven Pump gehabt. Wir haben es sogar versucht, hier oben durch die orangenen Linie zu schaffen, hatten einen Pullback, was ja auch zu erwarten gewesen ist, weil das ein Riesenwiderstand ist. Wir hatten diesen Pullback, aber jetzt schaut euch das mal an. Wir haben ein Pattern, dass wir die ganze Zeit aufeinander folgende Higher-Lows machen, was natürlich schon mal eine gute Sache ist. Und vor allem, das ist nicht das Einzige, sondern wenn man sich das mal genauer anschaut, kann man sehen, dass wir mit dem Bitcoin-Preis die ganze Zeit immer wieder auf diese orangenen Linie treffen. Wir quetschen uns hier quasi rein. Das ist auch ein gutes Zeichen für Bitcoin. Das letzte Widerstands-Level, was wir erstmal für Bitcoin haben, bis wir zu 27.000 Dollar gehen, ist eben genau dieses Level, wo wir gerade dran sind. 26.432 Dollar. Was man jetzt auch noch sehen kann, ist, wir haben es versucht, hier durchzubrechen, mit zwei Kerzen, sagen wir drei Kerzen, und dann hatten wir einen Pullback bis zur orangenen Linie. Also, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht momentan auf kurze Sicht auch schon relativ gut für Bitcoin aus. Und der Grund dafür, woher kommt dieser ganze Kaufdruck? Warum gehen wir überhaupt nach oben? Das liegt jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht mal wirklich an den traditionellen Märkten, weil, okay, klar, die sind auf ziemlich hohem Level, aber, und ja, die sind auch nach oben gegangen, aber ich meine, wir waren auch schon vorher auf ziemlich hohem Level. Wir waren hier oben und Bitcoin war, wenn man sich das mal anschaut, immer noch auf dem Weg nach unten. Das bedeutet, wir hatten da keine Korrelation. Das liegt jetzt also nicht einfach nur an den traditionellen Märkten, dass wir da einen schönen Pump haben. Stattdessen kommt der meiste Kaufdruck tatsächlich von Leuten, die, ja, einfach auf dem Markt Bitcoin kaufen. Schaut mal. Wir haben hier die Nummern von den Leuten, also von aktiven Bitcoin-Benutzern und aktiven Bitcoin-Wallets, die immer weiter nach oben geht. Man sieht ja also, dass die Anzahl der einzelnen Bitcoin-Adressen seit Freitag super stark stiegen ist. Schaut mal. Richtig, richtig krass. Das bedeutet, das hat eher was damit zu tun, dass die Leute sich dazu entschlossen haben, jetzt ein guter Zeitpunkt, um die Dip zu kaufen und hat eben nichts mit den traditionellen Märkten zu tun. Die Frage ist halt nur, kann sich das so weiter fortsetzen? Weil gestern, und im Übrigen, bevor wir uns über die Inflation von gestern unterhalten, FDX hat jetzt nun offiziell die Genehmigung erhalten, um seine Vermögenswerte zu liquidieren. Ihr wisst ja, darüber haben wir uns unterhalten, die haben 1,5 Milliarden Dollar an Krypto und die möchten sie jetzt verkaufen. Bis zu 200 Millionen Dollar jede Woche können sie verkaufen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal keine tolle Sache, muss ich sagen. Es gibt also etwas, weshalb wir auf jeden Fall vorsichtig sein müssen. Und das ist auch genau der Grund, warum so viele Menschen immer noch skeptisch gegenüber Krypto sind. Am Kryptomarkt sind die Leute skeptisch, weil wir die beiden Situationen haben. Wir haben die FDX-Situation, die Gemini-Situation, Genesis, also ja, einfach so viel. Und wenn man sich einfach mal anschaut, was gestern passiert ist, dann kann man sehen, die Inflation ist ein kleines bisschen höher ausgefallen, als das, was erwartet gewesen ist. Und das war auch genau der Grund, warum wir diesen Pullback gehabt haben. Wir hatten also diesen Pullback genau an dieser Stelle, als die Inflationszahlen eingetroffen sind. Und danach kam es direkt zu diesem heftigen Pump, weil die Menschen mehr oder weniger darauf vorbereitet gewesen sind, dass die Inflation etwas höher ausfallen könnte. Warum ist die Inflation denn überhaupt höher ausgefallen? Ich werde euch das gleich auch zeigen. Aber bevor wir uns darüber unterhalten, möchte ich euch noch etwas anderes zeigen. Und zwar mit diesem Pump, den wir gehabt haben, und zwar diesen Pump für bis zu 26.500 Dollar, ist das Schöne, dass die meisten meiner Bots jetzt mittlerweile Gewinne mitgenommen haben. Tatsächlich, ja, doch, fünf von sechs haben Profite mitgenommen. Einen einzigen haben wir noch für Ethereum, der keine Profite mitgenommen hat. Und schaut mal, wie knapp das gewesen ist. Das Take-Profit-Preis hier war bei 1.640 und wir sind bei Ethereum einfach zu, ne, nicht im Ernst, wir sind bis zu 1.639 gegangen. Das heißt, ich bin ein Dollar, buchstäblich, ein Dollar davon entfernt gewesen, dass dieser Bot auch Profite mitnehmen würde. Ja, ich würde sagen, knapp daneben ist auch vorbei. Nein, aber kann man nichts machen. Ich meine, manchmal hat man halt Glück, manchmal hat man Pech. In diesem Fall stecke ich immer noch mit der Position fest, die momentan 400 Dollar Minus ist. Aber auch das ist nicht das Ende der Welt, weil wir ja insgesamt immer noch im Gewinn sind. Aber trotzdem, ich glaube, sonst hätten wir 1.000 Dollar Gewinn gemacht, so genau wie die anderen Bots, die auch super schöne Gewinne gemacht haben. Der Bot ist auf jeden Fall ganz nah dran gewesen und ja, abgesehen davon akkumulieren die Bots jetzt immer noch schöne Positionen. Bis jetzt läuft also alles, genauso wie wir es geplant haben. Und selbstverständlich, falls ihr diese Trading Bots selber benutzen möchtet, dann solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, dass wir momentan eine richtig coole Aktion haben. Ihr könnt bis zu, nee, ihr könnt 50 Dollar gratis bekommen, indem ihr einfach 50 Dollar einzahlt. Ihr braucht nicht mal mit eurem eigenen Geld zu traden, ihr könnt einfach nur mit diesen 50 Dollar traden und ihr könnt sogar noch einmal richtig schöne Trading Boni bekommen. Also klickt auf meinen Link, klickt auf Join Now, meldet euch an und dann könnt ihr eben diese bis zu 10.000 Dollar an Trading Boni bekommen. So, jetzt kommen wir zu der Frage, warum die Inflation tatsächlich etwas höher ausgefallen ist als erwartet. Und wie ich bereits schon gesagt hatte, ich habe ja schon mal darüber gesprochen, und zwar ging es darum, dass die Ölpreise in den Schock bekommen werden, weil die US-Reserven, die sind halt komplett aufgebraucht und die OPEC, was ja die Ölproduzenten auf der Welt sind oder die größten, und die haben gesagt, dass sie die Versorgung weiter drosseln werden. Es wird also ein Defizit von mehr als 3 Millionen Barrel pro Tag geben. Das bedeutet, höhere Ölpreise werden natürlich zu einer höheren Inflation führen. Das ist das, was man erwarten kann, denn wenn man sich mal den Oil-Chart anschauen kann, kann man sehen, der ist richtig, richtig stark nach oben gegangen. Im Großen und Ganzen seit Anfang 2023, das ist eine richtig steile Kurve nach oben und es sieht nicht danach aus, als wollte der Ölpreis wieder nach unten gehen. Es sieht sogar eher danach aus, als wäre es andersrum angesagt, dass er noch weiter nach oben geht. Und je höher der Ölpreis geht, desto stärker wird natürlich auch eben die Inflation sein, weil Öl für im Großen und Ganzen alles genutzt wird. Nichtsdestotrotz, der Markt selbst geht jetzt immer noch davon aus, dass die FED bei der nächsten Sitzung die Zinsen nicht anheben wird, also in sechs Tagen. Das könnte möglicherweise eine gewisse Diskrepanz sein, weil sollte die FED tatsächlich eine Zinserhöhung vornehmen, was ich nicht glaube, ich glaube, die werden es wirklich so belassen, wie es momentan ist, aber sollten wir eine Zinserhöhung sehen, könnte ja sein, dass sie das für notwendig erachten, dann wird der Markt nicht gut darauf reagieren, weil er einfach nicht vorbereitet ist. Deshalb, wir müssen uns auch auf dieses Szenario vorbereiten. Abgesehen davon geht die SEC jetzt ziemlich, ziemlich hart gegen NFTs vor. Die sind, wie hießen die noch, Stoner Cats vorgegangen? Genau, gegen Stoner Cats. Und der Grund, warum sie jetzt gegen dieses Produkt vorgegangen sind, ist einfach, weil das an die Öffentlichkeit verkauft wurde. Die hatten Marketing, was bestimmte Vorteile hervorgehoben hat. Unter anderem, dass die Besitzer die Möglichkeit gegeben wurde, dass sie die NFTs verkaufen können. Und die haben auch gesagt, dass sie ziemlich gute Produzenten gehabt haben und so weiter. Wenn man sich also den Grund anschaut, warum sie gegen Stoner Cats gegangen sind, das trifft auf 99% aller NFTs zu. Wenn sie also tatsächlich diesen Prozess gegen Stoner Cats gewinnen sollten, oder falls sie sich nicht einigen sollten, das könnte auf jeden Fall zu ein paar massiven Auswirkungen für NFTs als Gesamtmarkt führen. Wenn ihr also NFTs haltet, wollt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben. Ihr wollt schauen, ob die SEC jetzt wirklich damit anfängt, gegen SECs vorzugehen. Im Großen und Ganzen war es das dann auch schon für das heutige Video. Morgen wird es keins geben. Ich bin nämlich leider unterwegs, aber Samstag bin ich auf jeden Fall wieder da. Also morgen kein Video. Samstag bin ich wieder am Start. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.